Mama mia, na... Die Prinzessin, die zuerst fertig ist und die wenigsten Teller zerbrochen hat, wird den Prinzen heiraten. Die Prinzessin, die zuerst fertig ist. Musik Ich bitte euch, Hohet, aber nicht doch... Hohet, lasst du los! Ich bitte euch, Prinzessin! Vorsicht! Ja, aber wenn es Prinzessin gibt, den Prinzen aufkommt, was soll dieser Unfug? Nunmehr verbleiben im Wettkampf nur noch Donna Olympia Capicillatro, Prinzessin von Altamura und Donna Isabella Caneloro, Prinzessin von Carcavone. Musik 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 Es ist mir eine Freude, nunmehr den Namen deiner zukünftigen Gemahlin bekannt geben zu dürfen. Es ist Donna Olympia Capicellatro, die Prinzessin von Altamura. Musik